Schauen wir mal, ob wir beim Bälle einkaufen können, ohne dass wir Deportant genutzt werden. Für was? Für was? Die Maskepflicht, die Verfolgung. Pflicht ist, dass ich stirb, sonst ist es gar nicht, dass ich scheißen muss. Das ist auch Pflicht. Ich glaube, die kennen mich schon. Ich glaube, die kennen mich schon. Hier ist ein Doppelboden, wo wir einen Halt auf dem Pokal finden. Hier ist ein Doppelboden. Derabe Kran ist, wo wir in der pareil Sultanland lang hier的話. Wir sind dort auch, in der League-B ages leer, über einen schönen Quattes wie neue Störer zu lesen, da alle den Halt auch einfach zu Hause machen wollen. Auch hier ist ein Doppelboden. Hier ist ein Doppelboden im Sistema. Hier ist das Doppelboden. Es ist Doppelboden. Die Doppelboden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn Sie das ablehnen, dann geht es mir nichts mehr an. Wenn Sie das ablehnen, geht nicht das nichts mehr an. So, passt. Ich sage Ihnen das nur ein Pferd. Ja. Einerseits, alles handelt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, dabei. Schönerpferd. Danke, Herr. Du willst das hin? Bitte, ja. Schönerpferd. Bitte, Herr. Danke. Bitte, Herr. Tschau. Geht's einfach ohne Masken einkaufen, Leute. Scheißt einfach auf den Scheiß. Geht's einfach ein und macht's das, oder? Es ist einfach nur sinnlos. Und, wie man es gesehen hat, interessiert er sowieso keinen Schwanz, oder?